so da sind wir wieder und diesmal gibt es keine mission es gibt auch keinen shop sondern es gibt einfach nur ganz simpel die info an alle abonnenten und alle die jetzt gerade das video halt gucken wir haben es geschafft und ich habe endlich meinen creator code ihr seht ja hier unten steht er schon und in erster linie kann ich nur euch danke sagen weil jeder der abonniert hat hat mir dabei natürlich geholfen ich meine es ging zwar jetzt in letzter zeit verdammt schnell ich habe mir nachgeguckt innerhalb von einer woche hatte ich 1000 abonnenten mehr erstmal groß geht da an alle raus und natürlich werde ich mich bei euch bedanken einige waren beim stream schon dabei als ich die nachricht bekommen habe dass ich den creator code habe da habe ich auch schon die warte wenn ich verschenkt hier die rote verteidigung habe ich da verschenkt also groß geht da auch noch mal raus für alle die die wirklich eine stunde da gesessen haben und haben nur zugeguckt wie ich meine steuernummer am suchen bin wie ich alles soweit eingetragen habe also noch mal gruß an alle ich glaube es waren 18 leute oder so groß geht erstmal an der stelle auch aus so dann natürlich noch mal ein extra groß an phantom auch til genannt der mich natürlich zur zeit auch reichlich unterstützt genauso wie marco zeitloser ghoul oder auch chris das sind halt die mods zurzeit und denkt daran ihr braucht nicht fragen ob ihr mod werdet das entscheide ich einfach vom bauchgefühl aus aber ihr seht ja jetzt schon hier unten steht jetzt immer mit diesem kauf unterstützt du yt unterstrich family hack also mit jedem kauf den ihr jetzt macht und dabei meinen creator code eintrag werden die mich unterstützen ganz ehrlich ich hätte nicht gedacht dass wir das wirklich auf die reihe bekommen aber wir haben es halt geschafft und da kann ich nur danke sagen ich werde mich auch noch mal in anderer form bedanken nämlich am freitag um 18 uhr werde ich im live stream noch mal einen skin verlosen aus dem shop also was am freitag im shop ist ist dann die möglichkeit was ihr gewinnen könnt das einzige was ihr dafür machen müsst mir schon mal jetzt eine freundschaftsanfrage schicken damit ihr auch den skin bekommen könnt das ist das einzige was wir machen müssen dann noch natürlich im live stream da sein damit ich euch auch auslosen kann weil ich zeige es euch gerade noch mal hier ich kann ich nehme immer den wo der ton ist auch tun haben wir was unten weil wir haben halt immer noch welche in der liste den ich nicht schicken kann also ihm zum beispiel kann ich erst am freitag was schicken bei ihm passt es noch aber wer halt in zukünftig immer dabei sein will wenn es was zu verlosen gibt einfach eine freundschaftsanfrage schicken ist einfach die einfachste variante so dann wie gesagt ich kann nur immer wieder danke sagen ich zeige mir mal kurz den creator code aber der creator code steht jetzt sowieso immer unten drin könnt ihr hoffentlich auch verstehen dann gehen noch mal extra grüße raus natürlich phantom der mir die zwei euro gespendet hat auch da danke dann für den tanz für 200 wie bugs dann gehen auch grüße raus an elias joel back der mir die tarnung gekauft hat für 500 wie wachs also wie gesagt auch da bedanke ich mich natürlich ist halt schon heftig dass nach 100 tagen youtube in anführungszeichen schon so erfolge ab wir sind jetzt auch kurz davor die partnerschaft mit youtube zu erreichen heißt ich darf werbung schalten und kann da auch noch was verdienen und wir sehen gerade warte weil ich gerade die tarnung gesehen habe die tarnung habe ich halt als geschenk bekommen also wie gesagt ich kann immer wieder nur danke sagen mehr kann ich da nicht machen und ihr wisst ja morgen kommen die neuen aufgaben da kommt natürlich auch wieder einiges auf uns zusammen zu ich werde natürlich wieder jede aufgabe machen euch so gut wie möglich erklären wie ihr sie machen könnt wenn ihr natürlich bessere lösungen habt schreibt es gerne in die kommentare habe ich überhaupt kein problem mit es hilft natürlich auch den anderen weil auch ich mache fehler um gottes willen auch ich kann eine aufgabe falsch verstehen oder falsch lösen und eine andere möglichkeit wäre vielleicht zehnmal besser aber dafür seid ihr auch da dafür gibt es auch die kommen die kommentare da könnt ihr euch halt gerne auch auslassen von daher alles kein problem wie gesagt freundes an frage schicken wenn ihr am freitag um 18 uhr bei der verlosung mitmachen wollt natürlich gibt es nur skins die an dem tag im shop sind hier die werden wahrscheinlich nicht mehr da sein aber wir uns halt dann einfach sehen und dann würde ich sagen in dem sinne danke danke und ab sofort ihr könnt gut geld ausgeben aber tragt mein creator code ein nein quatsch denkt dran auch wenn ich daran verdienen werde gibt nicht zu viel geld aus also ich bleib dabei auch wenn ich daran jetzt was verdienen und damit sagen kurzes info video an dem sind in dem sinne haut rein